Ah, endlich Zeit für einen wohlverdienten Urlaub, oder? Wir haben es uns verdient, ey, schon wieder ein paar Monate her. Alter, da reinsteigen zum Flughöfen, ab, flog und ab. Ja, Mann, hier ist unser Zug, er wartet schon auf uns. Ich glaube, wir sind die letzten Gäste, die rein können. Und ja, Mann, da geht es endlich in den Urlaub. Leute, Daumen hoch, wenn ihr auch Bock habt auf Urlaub. Ja, Mann, erst mal fette Gönner. Wir gönnen uns jetzt einen schönen Urlaub. Ja, Mann. Hoffentlich fährt der jetzt nicht los, Alter. Ich glaube, der fährt jetzt los. Ja, wir schaffen es mal auch. Ah, jetzt wollen wir ein Flugball passen. Gepäcke schon drin, hat der eben abgeholt. Ja, Mann. So. Boah, jetzt geht nichts los. Wow. Mahlzeit. Hallo. Hey, pass auf, Alter. Leute, wir haben uns schon ordentlich was gegönnt. Das ist ein Special-Zug, deswegen sind wir auch wachen. Mit denen ist nichts zu spaßen, Junge. Oh, die haben wir Waffen in der Hand. Morgen, ich freue mich jetzt auf meinen Urlaub gleich. Oh, hier ist schon besetzt. Wo ist unser Zimmer, Alter? Ja, hier ist auch besetzt. Weißt du die Nummer? Ich habe gar nicht geguckt, Mann. Gute Frage. Hallo. Wo war denn jetzt unser Waggon hier? Hallo, aber guter Tag. Wo war denn jetzt unser Waggon hier? Beziehungsweise, der macht Big Business hier. So, wow, pass auf, Alter. Ja. Nichts, dass ich in seine Akten hier gucke. Ah, ich glaube, hier ist unser Zimmer. Ah, hier ist frei. Nice. Ja, Mann. Ich will immer gucken, ob das andere dicker ist. Ob es einen Unterschied gibt. Ich lege mich schon mal hin. Und gefällt. Ey, komm mal kurz. Kennst du den hier? Ähm, wen? Ich glaube, es ist ein Verwandter von dir. Vielleicht ein Cousin? Bro, was geht's? Äh, mein Onkel, der ein bisschen, ähm, ja. Wie geht's? Alles gut? Schöne Nase hast du? Mir geht es gut. Ich mache Geschäfte. Ich gebe sie da weg. Äh, okay. Okay, dein Onkel ist aber nicht so freundlich. Ja, der ist immer so ein bisschen miese, Peter, ne? Ich knieke mal wieder in unser Kämmerchen, ne? Ja, nur weil ich besser aussehe als mein Onkel. Aber dann mal ein Brot von ihm. Okay. Kannst du mich ärgern? So, guck mal so ein bisschen um. So, moin, 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 was geht's? Moin, zusammen, alles gut. Wo gibt's hier Kaffee? Oh, ja, schön Koffein. Hier ist die Lunch Lady. Ich glaub, der kann so Bescheid geben. Weißt du, was steht auf ihrer Brust? Elisabeth, kannst du mir bitte einen geilen Kaffee machen? Mir auch, aber bitte. Capuchino? Ein Capuchino bitte. Ein irgendwas Gesundes, bitte nicht so ein Dreck. Ich will einfach, was Gesundes hast. Ja, Mann. Kannst du mich beeilen, bitte? Du machst das schon. Du machst das schon. Hau rein. Wir gehen mal weiter. Warte, warte. Du machst das schon. Du klappst auf Propo und dann klappst das schon. So. Ja, die hat sich schlafen gelegt. Alles gut? Ey, du hast stabil einen Bart, alter. Der ist richtig weiß. Stabil, mach. Hast du mal den Typ in Ruhe, alter? Und noch schöne Grüße an der Marke. Bam! Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch von uns gegrüßt werden wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, gebt den Video einen Daumen hoch und schreibt einen netten Kommentar mit Hashtag Glockeaktiv, Leute. Dann habt ihr die Chance, hier eingeblendet zu werden. Viel Glück. Wow, es geht hier ab. Okay. Oh. Das ist, glaube ich, die Landschaft an. Oder die warten aufs Essen. Oh, die haben, glaube ich, Essen bestellt. Na, habt ihr euch eine ranzige Eintopf bestellt. Wir wollen was Frisches. Okay, jetzt, glaube ich, zu voll. Wir besuchen mal die Gäste. Moin, was geht's? Moin. Okay, der Zug ist echt ausgebucht, ne? Das ist geil, dass wir noch ein Zimmer bekommen haben. Ah, hier ist unser Gepäck. Moin, moin, was geht's? Moin, Wachmeister. Hier ist unser Gepäck. Schön aufpassen. Wir haben schon wertvolle Dinge da drin. Ja, man, lass mal zu unserem Zimmer gehen, Alter. Ja, okay, wir haben jetzt genug hier. Ist ja nur ein Zug. Ist ja noch nicht der Urlaub. Was losgeht, Alter. Ey, eigentlich... Ja. Ich merk' gerade, der Zug bewegt sich gar nicht. Ey, Elisabeth, mach mal ein Topf. Oh, lass dich mal schnell weg hier, Junge. Mein frisches Hähnchenbrust mit Salat will ich haben. Und Kaffee. Oh, der Zug geht gar nicht los, Mann. Ey, Digga. Was geht hier ab? Lass mal kurz im Waggonbereich gucken, was da los ist. Weil wir wollen ja wegen Flieger, weißt du? Junge. Ich weiß nicht. Ich will rechtzeitig Santorini ankommen. Ey, wer nicht fragt, bleib dumm. Komm. Ich will nicht hier mit Lappenflug verpassen und dann mein Urlaub verkacken. Ja. Frag mal nach. Ähm, oha. Moin. Wir wollten nur nachfragen, wann es losgeht. Also... Wir müssen eigentlich wegen den Knarren hier, aber... Bro, geh mal da hier weg, Alter. Alter, die sehen jetzt nicht so friedlich aus. Aber die machen nichts. Die sehen, wir sind Kunden. Ja, wir haben Ausweis hier. Wir haben ja gebucht. Wir wollten nur ganz kurz zum Lokführer, okay? Okay, geh mal her. Okay, danke. Äh... Marvin? Ja? Komm mal. Was ist? Ist das hier automatisiert? Ich mein... Hier ist keiner. Da ist ein Hebel. Ey, denkst du, wir können betätigen, ohne dass die meckern? Äh... Äh... Was können? Weil... Der Plan soll der Zug auch losfahren. Okay. Woah. 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 Ah, Marvin. Ich muss kämpfen. Gelbe, hilf mir. Steh auf. Woah. 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 Rückzug. Oh mein Gott. Oh, die anderen. In die Kabine. Rein, 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 rein. Puh. Ey, Typ. Leider wollen wir hier alleine sein. Alter, es geht ja. Ich zieh mir jetzt die Knarre. Okay, wir fahren wenigstens. Oh mein Gott. Marvin, RPG. Digga, komm her, komm her. Ich hab keine. Ich hab keine. Und zum Glück fahren wir. Komm. Egal. Woah. Alter, ich mach's Platz. Ihr kleine Ratten, Alter. Oh, du musst nachladen. Nein. Du musst nachladen. Weg frei. Woah. Oh, Mist. Okay, okay, chill, 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 chill. Oh mein Gott, Granate, pass auf. Wer geht, wer geht? Woah. Der hat den Passant gekillt. Oh mein Gott. Wir wollen ja keine Unschuldigen. Wir wollen ja nur friedlich unseren Urlaub angehen. Dann lassen wir uns nicht aufhalten. Sind wir haben uns Urlaub? Oh, das ist noch ein bisschen. Woah. Oh mein Gott. Woah, shit. Ah, warte. 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 Boah, sauber, ey. Hat er echt nur eine Mini-Knarre. Oh mein Gott. Was zur Hölle geht? Oh, wir fahren. Ey, für was ist der Knopf? Äh. Drück mal auch. Oh, oh. Ach so. Ups. Du hast den Zug angehalten. Oh, oh. Und weiter, weiter. Puh. Wo? Haben wir Alarm ausgelöst. Okay, weg hier, Junge. Oh, oh. Alter. In die Kabine. Ey, was haben wir ja? Was haben wir angerichtet? Egal. Erst versacken lassen, dass Blut macht. Damit wir den Urlaub genießen können, wieder Urlaubsweibes kommen. Der Bruder wurde geopfert. Bruder, Alter. Was geht? Shit. Wir lieben dich, aber wir gönnen uns jetzt Urlaub, Mann. Scheißen auf alles, Mann. Es geht nur der Urlaub. Ey, wir haben Angst von uns. Guck mal. Ey, wir machen noch nichts. Ey, keine Angst. Wir machen... Hallo. Hallo, keine Angst, Mann. Ey. Wir wollen auch... Ihr habt das halt provoziert, Mann. Ey, lass mal den Zug hier übernehmen, Alter. Was ist denn los, Mann? Ey, Marvin, weißt du was? Geh mal weg. Ich will was sagen, Marvin. Ja. Der Typ provoziert mich irgendwie. Ja, Mann. Du auch, Mann. So, jetzt gehen wir in der Kabine. Ey, dein Thaddeus, ne? Ist ja dein Cousin, oder? Bro. Saison, Alter. Nein. Mein Cousin, Junge. Was machst du? Dann hast du mein Cousin in Ruhe, Junge. Opi, ciao. So, jetzt gehen wir in der Kabine. Was hast du mit meinem Cousin gemacht? Cousin sind frisch. Erlebt dir mal wieder jetzt. Hallo. Ja, gut. Ich versuch's. Und... Cousin. Cousin. Alles geklaut. Was ich hier geklaut habe von den Medics. Wow. Hier diese Spritze. Alter. Komm, weiter, weiter, weiter. Komm. Oh, einer hier. Komm weg. Mit dir, Junge. Aber du könntest dich leisten, dass einer vielleicht hier die Polizei ruft. Wir wollen Urlaub machen, Alter. Urlaub ist das Wichtigste. Es ist zu spät, wir haben schon Blut vergossen. Ja, man. Wir dürfen keine Zeugen zurücklassen. Elisabeth, machen wir mal eine Händel, Brust mit Salat und Kaffee, Alter. Es tut uns leid, aber... Ey, wisst ihr was? Es tut mir leid. Wow. Wo bist du, Calvin? Komm hier. Alle Zeugen, weg. Nein, Mann. Hier sind auch zu viele Zeugen. Wir räumen einfach nur auf. Wir machen wir doch gar nicht. Keine Zeugen, haben wir gesagt. Weg mit dir. Okay, weiter, weiter. Alle Zeugen weg. Stark, stark. Räumen. Okay, ich glaube, der Zug ist clean. Ja, man. Oh, der letzte Zeuge. Ups. Zeuge, du. Einfach nur ein unnötiger Zeuge für uns. Wir wollen Urlaub machen. Okay. Ich glaube, wir haben den Zug fast schon übernommen. Ja, nochmal kurz hier gucken, dass da keiner ist und unser Gepäck load. Boah, guck mal hier, Louis. Oh, Louis. Ey, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit, Leute. 100%. Oh, hier, Goya hat er auch noch. Jetzt mal real talk. Wer ist so dumm, egal wie reich man ist, warum flex man mit dem Louis-Koffer, ist nur klau-anfällig. Und den gönnen wir uns jetzt. Oh, Freiheit. Bruder, genieß einfach diese Freiheit, diese Aussicht. Unser Urlaub steht nichts mehr im Wege. Gleich am Flughafen ankommen einfach nur ab. Wir haben es geschafft. Auf die Insel. Wir haben es einfach geschafft. Es gibt keine Zeugen. Keiner weiß, was hier passiert ist. Wir können einfach unseren Urlaub besuchen. Alles privat und voll entspannt, ey. So geil, Mann. Keiner weiß Bescheid. Ja, Mann. Aber was ist das? Ist das... Das ist Thomas die Lokomotive. Thomas, die Lokomotive? Bro, schnell hoch. Was macht die da? Der kommt immer näher. Kommt die hier hin? Oh mein Gott. Schnell hoch. Schnell hoch. Geh hoch, geh hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir brauchen Schutz. Oh mein Gott. Oh, die Lokomotive. Da bin ich mir. Was ist? Oh Gott, was will denn? Oh mein Gott. Oh, die Lokomotive ist so brutal. Oh, Marvin. Alter. Alter. Was will die Lokomotive? Er war mit der Waffe, Mann. Oh. Wer Granaten? Ey, sind zu viele, man? Mach mal Schutz hier hin. Lokomotive dringt. Oh, ja, Mann. Verbomben, man. Mach die weg. Mann, Alter. Jo, was? Was zur Hölle ist da hinten? Oh, meinst du? Endgängst du? Oder was? Aber der Endgängst, glaube ich, hinter uns. Oh, die war. Oh. 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 Wir haben es gleich geschafft. Weiter, weiter, weiter. Komm, weiter. Weiter kämpfen, komm. Vorrücken, vorrücken. Ich habe gleich keine Muni mehr. Die Wache, die letzten Wachen auch passieren. Ey, ich glaube, ich glaube, das Monster hilft uns, oder? Das schießt du mit uns. Das schießt die Lokomotive ab. Thomas! Du kleiner Heuchler. Was willst du? Warte, wir nutzen. Ich habe was vor. Das Monster ist weggekickt. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Ey, Thomas, komm wieder rein. Komm, noch vorne, komm. Ey, ich glaube, wir müssen die Glocke aktivieren. Ja, Mann. Dann, hör Thomas auf uns zu verfolgen. Leute, habt ihr auch die Glocke aktiviert? Leute, aktiviert die Glocke. Nö, ich aktiviert die Glocke, damit Thomas uns nicht verfolgt. Ich glaube, es hat geklappt. Oh mein Gott. Thomas. Thomas. Alles okay? Friedlich. Okay, so können wir Thomas bändigen, Junge. Wow. Thomas, wir wollen in Frieden. Ja, der ist ja immer friedlich. Leute, wir haben es geschafft. Ey, das sind ja Thomas. Aber die sind friedlich, ne? Ja, Mann, Leute. Abonniert den Kanal, gebt einen Daumen hoch, Leute. Bis zum nächsten Video. Juffi. 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 Juffi.